Der Werner, die wohne auch bei uns in den Strohs, weil er oberhalb auf der anderen Seite die Hans Hausneu gestricht hat, weil der Kollege von ihm, der hat ihm die Farbe besorgt, der schafft bei der Bundeswehr im Materialdepot oder wie man das sagt. Und wie gesagt, der hat ihm die Farbe besorgt, NATO-Olive. Hat Marianne sich noch so aufgeregt, sagt, können wir doch gleich in den Bunker ziehen. So, jetzt geht der Werner in den Trinken und kommt meins um halb vier heben. Sagt er, er fragt, wo kommst du jetzt her? Sagt er, ja, ich war um 10 Uhr schon daheim, er hätte das Haus nicht gefunden. Sagt er, das ist ja so gut getarnt. Und dann wäre er wieder in die Wirtschaft. Und dann hätte er sich bis meins um drei Uhr sein Gedanke gemacht, wie er jetzt der Haus wieder finden könnte. Und dann hätte er sich irgendwann gesagt, das gehe schon gerade in das Haus, wo die schönste Frau ist. Sagt er, sieh schon, und da bin ich. Sagt Hilde, ach, sagt sieh schon, denst du das anmachen. Sagt er, ich kann doch nicht meins um halb vier bei der Lade klingeln. Applaus 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 Applaus